In his life, there is no life, there is only shadow, no doubt. Der Kitzkirch ist ein Wendler, das ist ein Bruder, das ist ganz groß. Und dann hat es weiter jetzt schwer vermischt, nachdem man sich jetzt in Ruhe stehen muss. Aber auch der Kiefer ist das ein Glück. 3 Jahre, gell? Absolut, aber ja. In Finkenstein haben wir noch das letzte Konzert. Na, in Finkenstein? Ja, in Finkenstein. Aber wir waren auf der Wörtersebühne, im Junge. Das ist meine Mutter, die bei jedem Konzert dabei ist. Sie ist immer unterstützt und immer hilft und ganz einfach immer da ist. Ich glaube, das gehört eigentlich nicht dazu, weil für den Helm hat man das gerne. Einmal ist wieder so und für den würde ich alles geben. Und da braucht man nichts zu teilen und nichts zu fühlen. Und wenn ich von der Ruhe bis an oben da stehe, ist eigentlich ein alter. Ich mag es gerne, ich mag es aus dem Herbst und Herbst. Und dann ist es gut. Und da ist alles gut. Ich versuche das Lüfe. Und ich versuche das Lüfe. Wie haben wir schon? Das war's für heute. Die Familie Uge hat die Karte. aufwendend, beispielgebend muss man sagen. Wie ich auch heute schon gesagt habe, dass Freunde eigentlich nicht nur da sein sollten, wenn es sonst sein muss, weil es leider nicht so ist, sondern es bemerkt mir erst dann, wenn es vielleicht einem etwas schlechter geht, dass wir dann in die Freunde sind, dass man selbst zusammenlebt. Und das ist schön so, um dort zu finden. Ich freue mich. Untertitelung des ZDF, 2020